Wir und die Einschlaf-App Seid doch leise, Leute! Ich brauch irgendwas, was mir beim Einschlafen hilft. Träumium. Einschlafen leicht gemacht. Nehm ich. Klingt gut. Oh nein, meine Decke! Was? Hey, halt! Stopp! Nächstes Geräusch, bitte! Nächstes Geräusch! Nächstes Geräusch! Was? Hey, was soll das? Stopp, stopp! Hey, stopp, stopp! Nein, stopp! Hör endlich auf! Hab dich! Hilfe! Blöde kostenlose App löschen. Das perfekte Geräusch. Das war's. Und ich habe wieder einmal von einem Superjob. Jager, um zu sein! Die-Difte Geräusche, ein das einfaches Treib. Und dann kommt eben noch über die Platz. Ich habe mich, hätte es auch mehr, Untertitelung des ZDF, 2020